hallo leute ich bin coach micha und heute wollte ich euch mal fünf geheimnisse nennen die frauen für euch haben die sie euch nicht mitteilen wollen sie möchten nicht dass ihr das wisst und meistens wissen frauen davon selber nichts haben keine ahnung davon das erste beispiel wäre das monkey branching davon habe ich schon öfters mal berichtet gerade meinen videos die sich um ex zurück ex back und so weiter drehen kontaktsperre nein kommt kein kontakt monkey branching ich habe noch kein besseres deutsches wort dafür gefunden warm wechseln wurde mir neulich mal gesagt oder geschrieben von einem zuhörer finde ich finde ich interessant aber keine ahnung irgendwie und wie spricht mich das wort nicht an also waren wechseln monkey branching monkey branching ist ein schönes bild weil es bedeutet der affe der sich von baum zu baum schwingt schwingt lässt den alten ast erst dann los wenn er einen neuen ast in der hand hat und das ist bei männer nicht unbedingt etwas unbekanntes aber frauen geht es manchmal noch schneller männer in der regel brauchen ein bisschen ein bisschen länger und so weiter nach einer trennung aber bei frauen manchmal passiert es noch am selben tag also es kann sein dass sie sich heute von euch trennen und dann schon den nächsten ast in der hand haben haha sprichwörtlich eventuell oder am nächsten tag ist nicht unbedingt so ungewöhnlich insbesondere weil die trennung schon monatelang vorbereitet wird die seltensten trennung gerade die wenn sie von frauen ausgehen sind ad hoc trennungen die im affekt passieren sondern sind insbesondere bei langfristigen beziehungen haben sie schon längerfristig angekündigt also die frau ist immer mehr auf distanz gegangen immer emotional auf distanz gegangen war vielleicht öfters mal mit freundin weg hat immer weniger mit euch unternommen hat nicht mehr so auf diese kleinen insider gags so reagiert wie es üblich war das sind alles so alarmzeichen auf die man achten muss in der beziehung oder der kursenname wird nicht mehr benutzt solche dinge das ist wenn das mal so ein paar tage so gut geht in ordnung aber ab einer gewissen zeit wird es gefährlich und dann bereitet sich die frau häufig schon auf die trennung vor werde demnächst mal ein video machen was genau diese anzeichen sind und meine ratschläge oder meine vorschläge wie man in so einem fall als man darauf reagiert um die beziehung zu retten oder wenn schon das nicht mehr geht zumindest die eigene seelenruhe okay manch monkey branching frauen üblicherweise halten sich relativ viele backups es gibt genügend männer im orbit eine orbit müsst ihr euch vorstellen ist sowas wie wenn ihr ein planet seid dann habt ihr ein paar munde im orbit die schwirren um euch rum und bei frauen bedeutet es einfach nichts anderes dass das jede frau die einigermaßen attraktiv ist und charmant immer diverse leute hat männer hat die können single sein die müssen aber nicht single sein die auf dem sexuellen marktplatz in unserer gesellschaft an ihr interessiert sind und ab und zu mal anklopfen und zumindest hin und wieder mal klar machen hey du ich bin an die interessiert es kann flirt am arbeitsplatz sein alles mögliche jedenfalls ist der frau schon einigermaßen klar wie viele orbiter sie hat und sie findet mal den interessanter mal jenen interessanter selbst wenn sie mit euch in der beziehung ist und sie ist wirklich sehr 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 glücklich sie schreibt vielleicht nicht mit diesen typen anzüglich oder auf einer flirtenden ebene aber selbstverständlich nimmt sie war das potenzial was sie hat das allgemeine potenzial auf dem auf dem dating marktplatz und wenn sie dieses potenzial erkennt wird es natürlich auch für eure beziehung ein bisschen schwierig denn dann kommen wir zum nächsten geheimnis frauen sind hypergarm hypergarm bedeutet frauen daten in der regel aufwärts was meine ich damit also wenn jetzt zum beispiel einen vorstandsvorsitzenden männlichen vorstandsvorsitzenden von siemens seht es ist nicht unbedingt unwahrscheinlich dass er sich in seine friseurin verliebt die deutlich unter seiner gehaltsstufe liegt und sie dann heiratet mit ihr kinder hat und ihren gesellschaftlichen status dramatisch anhebt wohingegen eine weibliche vorstandsvorsitzende wahrscheinlich eher nicht ihren klempner heiraten wird das relativ schwierig viele akademikerin oder viele erfolgreiche frauen die strömen dann reihenweise zu elitepartner und zu sonst was für geschichten um möglichst um partner zu finden aber relativ schwierig für sie weil sie so erfolgreich sind uns mit sehr sehr vielen männern zu tun haben schlichtweg die nicht so erfolgreich sind das muss nicht unbedingt zwingend ein hintergrund hinderungsgrund sein für männer ist es so relativ egal also männer sind ein bisschen primitiver solange die frau gut aussieht und einem nicht so groß auf den nerv geht und gut im bett ist und eine angenehme stimme hat und so dann ist alles so ein bisschen okay ja der job spielt jetzt nicht so eine große rolle aber für frauen schon das mögen sie zugeben oder mögen sie nicht zugeben aber wenn wir zwei männer haben die gleichmäßig attraktiv sind und einer von beiden ist einfach wirtschaftlich besser gestellt dann sehen wir schon relativ deutlich wo ihr interesse hingeht wo ihr herz hinfliegen wird kann aber trotzdem sein dass ihr zum beispiel ein künstler seid der total am verhungern ist aber er hat potenzial sie erkennt potenzial in ihm sich zu entwickeln und dann mag das auch eine variante sein dass sie sich dann trotzdem für diesen künstler entscheidet es sind nicht unbedingt bewusste prozesse die da ablaufen wo eine interne checkliste abgehakt wird wie gesagt frauen sind sich dessen oftmals selber nicht bewusst frauen sind aber hypergarn und daten männer die ihren scheiß zusammen haben die potenzial nach oben haben oder sogar schon weiter oben angekommen sind als sie und wenn ihr in einer beziehung seit eure beziehung läuft nicht so gut ist es möglich wenn sie dann sich für einen dieser orbiter entscheidet dem ein bisschen mehr zuwendung zu geben während sie noch mit euch in der beziehung ist das meint ihr gar nicht böse sie hält es auch gar nicht unbedingt für so ein fremdgehen oder so ein fremdgehen flirt oder für irgendeine beziehungsanbahnung das läuft oftmals einfach unbewusst ab sie öffnet sich einfach für andere männer und sie würde dann denjenigen erwählen der möglichst über euch liegt in bezug auf einkommensgruppe oder sozialen status insofern sind also frauen hypergarn das problem ist in beziehungen männer glauben oft dass sie so sage ich mein kontostand anhäufen man ist so zwei drei jahre zusammen und vielleicht zusammengezogen ihr repariert ihr auto ihr macht die winterreifen drauf ihr hängt eine lampe auf ihr kümmert euch um den hund um die kinder ihr fahrt sie von a nach b ihr organisiert interessante ausflüge ihr streicht die wohnung neu ihr weiß was ich all dieses zeug an diensten und gefälligkeiten wo ihr glaubt dass ihr dadurch ein besonderes standing bei der frau habt das euch schützt schützt vor trennung ich möchte nicht sagen dass sie das nicht tun soll natürlich sollt ihr immer noch die lampe anbringen ja und dinge einfach im haushalt tun die wo sie unterstützung gebrauchen kann oder die schlichtweg aufgrund eurer männlichen rolle auch einfach eure aufgabe ehemal sind das heißt aber nicht dass sie nicht abwaschen könnt oder sonstige eher feminine tätigkeiten machen könntet also ich bin da jetzt vollkommen offen aber ihr solltet euch nicht hinsetzen und nur socken zusammen rollen und von eurer frau oder freundin erwarten dass sie die ganzen handwerksgeschichten in der bude erledigt das ist redet man heutzutage nicht mehr so offen drüber ja weil das irgendwie so sexistisch klingt aber es wird doch immer noch vom mann erwartet dass er solche dinge tut okay ihr glaubt in der regel dass das schützt euch davor ihr habt irgendwie einen dienst erfüllt ihr habt etwas getan das schützt euch für trennung das falsch denn hypergamie schert sich ein dreck um euer standing in der während in der aktuellen beziehung ihr glaubt dass ihr durch bestimmte beta moves also versorger tätigkeiten die aufregung für die beziehung am leben halten könnt und dem ist in der regel nicht so wenn ihr es irgendwie verkackt und sie sich für jemand anderen interessiert der sich möglichst auch noch mit besseren sozialen standing oder mit einem höheren einkommen oder 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 anbietet der einfach schlichtweg über eurer liga spielt und ihr schöne augen macht wird es gefährlich da könnt ihr so viele lampen in der wohnung anbringen wie ihr wollt deswegen ich möchte gar nicht sagen dass frauen schlecht sind aber frauen mussten einfach durch die geschichte lernen dass sie so vorgehen insbesondere was das monkey branching angeht muss einfach auch aufpassen dass heutzutage werden in vielen gesellschaften noch frauen getötet dafür wenn sie fremd gegangen sind oder noch schlimmer selbst wenn sie vergewaltigt wurden und sind schwanger von ihrem vergewaltiger wenn sie trotzdem umgebracht in manchen gesellschaftsformen heutzutage also frauen haben durch die gesellschaft und durch die geschichte sehr sehr gefährlich gelebt insbesondere wenn irgendwie ein verdacht aufkam dass das eventuell nachkommen nicht dass ihres ehemannes ist sondern von jemand anderem insbesondere wo es noch keine verhütungsmittel gab das war sehr 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 gefährlich eine frau musste da sehr genau aufpassen dass auf gar keinen fall der eindruck erweckt wird dass sie das kind austrägt von jemand anderem männer haben da sehr genau darauf aufgepasst aufgepasst deswegen wurden sie üblicherweise in türme eingeschlossen haben keutschheitskürtel anbekommen oder wurden in den harem gesteckt oder wurden in welcher form auch immer so unterdrückt dass sie einfach zu hause bleiben mussten damit sie sich nicht so frei bewegen können damit die gefahr nicht besteht dass sie von jemand anderem geschwängert werden also frauen haben gefährlich gelebt tun das heute auch noch und deswegen läuft monkey branching im hintergrund sie sind relativ schweigsam was ihr dating verhalten angeht da komme ich gleich zum nächsten punkt frauen halten sich mehr backups ja also zum beispiel wenn sie sich von euch trennt ist es gut möglich dass sie sich mit so einem spruch wie lasst uns freunde bleiben so ein bisschen erstens in die french friendzone schiebt aber sie möchte natürlich auch noch kontakt zu euch sie möchte euch ein bisschen warm halten ihr seid zwar nicht aufregend weil ihr seid der ex und sie hat sich von euch getrennt soll das aber irgendwie mit ihrem orbiter mit ihrem neuen typen den sie aufgrund ihrer hypergamie ausgesucht hat nicht mehr so gut laufen dann ist es natürlich für sie ein gutes gefühl dass sie noch irgendwie zur stelle seite deswegen möchte ich euch so ein bisschen warm halten und sie hält nicht nur euch warm sondern auch noch viele viele andere typen in ihrem orbit es kann also sein dass ihr vielleicht mal mit einer frau schreibt sie zeigt euch für einen tag großes interesse und dann hört ihr zwei wochen nichts mehr von ihr und sie antwortet nicht auf eure nachrichten es kann sein dass sie an diesem einen tag euch als orbiter erkannt hat und wertgeschätzt habt aber innerhalb der nächsten zwei wochen hat sie sich für jemand anderen entschieden meldet sich also nicht mehr bei euch vielleicht ab und zu mal tut sie euch so ein paar brotkrümel vor die füße werfen ja an aufmerksamkeit um euch noch so ein bisschen warm zu halten ja aber eigentlich seid ihr gerade gar nicht im rennen solltet ihr also es mit irgendeiner frau zu tun haben die nicht wirklich eifrig auf eure nachrichten antwortet es aber immer noch tut da aber sehr viel zeit verstreichen lässt manchmal auch nicht wirklich gehaltvolle dinge da rein schreibt flagt eure dates nicht einhält immer wieder ein bisschen verschiebt und so weiter euch aber nicht definitiven korb gibt euch nicht definitiv sagt hey pass auf jungen lass mich in ruhe dann seid ihr ein backup und frauen halten sich relativ viele backups männer machen das nicht so häufig jedenfalls nicht in diesem maße und männer wie wir schon öfters mal gesehen haben bekommen auch so so nicht so viel aufmerksamkeit von frauen wie frauen von männern ja das ist müsste eigentlich jedem klar sein deswegen haben frauen es nach trennung so so leichter weiterzukommen weil sie viele orbiter haben bei männern ist es eher weniger so und deswegen leiden männer auch einfach unter der trennung länger länger ganz abgesehen davon dass sie auch anhänglicher sind und männer um die größeren romantiker einer beziehung sind gerade wenn es zu einer trennung kommt verkraften sie trennung schwerer es dauert länger bis sie sich mal von jemandem lösen können deswegen auch das noch mal diese ganzen backups und ihre dating aktivitäten selbst wenn ihr jetzt neu eine frau datet geht davon aus dass ihr nicht der einzige seid es kann sein dass ihr der einzige seid ihr solltet auch nicht die frage stellen hey triffst du noch andere typen stellt diese frage nicht das ist im moment nicht euer jobs nicht euer das geht euch nichts an ihr seid nicht in der festen beziehung deswegen erscheint da nicht needy und unsicher indem ihr solche fragen stellt geht einfach immer davon aus zu eurem eigenen schutz zu eurem eigenen besten dass wenn ihr eine frau datet dass sie auch andere männer sieht solange sie sich nicht für euch entschieden hat im sinne einer festen beziehung geht einfach immer davon aus dann seid ihr nicht überrascht wenn es wenn sie sich mal wieder nicht meldet und plötzlich ein neues profilbild irgendwo hochlädt wo sie mit einem anderen typ zu sehen ist es kann sein dass sie einfach auch noch sehr viele andere leute im background datet dann kommen wir zu punkt vier der geheimnisse die frauen euch nicht mitteilen möchten und manchmal auch selbst nicht wissen dass es diese geheimnisse überhaupt gibt innerhalb fester beziehungen frauen langweilen sich frauen schneller als männer es gibt da eine sehr sehr gute autorin deren bücher ich euch empfehlen möchte es gibt auch diverse beiträge auf youtube es ist eine paartherapeutin paar beraterin ich glaube sie kommt aus belgien oder luxemburg oder was dänemark der name klingt nicht wirklich dänisch also sie heißt esther perell und wurde auch häufig von fernsehsendungen und so weiter eingeladen zum thema fremdgehen zum beispiel oder partnerschaft im generellen beziehungsprobleme und in ihren büchern beschreibt sie zum beispiel einen punkt dass das allgemeine verlangen mit einem bestimmten menschen zusammen zu sein innerhalb einer beziehung bei männern sukzessive abläuft ja es lässt sich plötzlich nach sondern es sinkt mit der zeit und das sorgt dafür dass männer selbst wenn sie nicht wirklich zufrieden mit der beziehung sind selbst wenn sie die ganze zeit wissen ach das läuft eigentlich nicht so wie ich es mir wünsche und ja irgendwas ist nicht wirklich gut irgendwas ist nicht optimal sie hauen aber nicht sofort alles in die pfanne denn sie haben immer noch genügend anziehung gegenüber ihrer partnerin selbst wenn die beziehung nicht optimal läuft und können das über eine sehr sehr lange zeit aushalten das führt dazu dass männer manchmal nicht manchmal sondern ihr könnt es manchmal bei älteren paaren erleben wenn ihr die mal beobachtet vielleicht im supermarkt oder im restaurant das kann dann so zum beispiel der harald sein der nicht mehr selbst seinen kuchen bestellt sondern die frau sagt gegenüber der bedienung nein mein ehemann möchte keinen käsekuchen mehr er hatte heute schon ein stück einfach die komplett aufgegeben haben in ihrer beziehung die nicht frühzeitig genug den absprung geschafft haben die peu a peu von ihrer frau manipuliert und domestiziert wurden und vom alpha ehemaligen alpha hin zu einem beta wurden der keinerlei selbstbestimmung mehr hat männer rutschen gerne mal in sowas rein sie wissen irgendwann mal wachen sie auf und fühlen sich unterdrückt fühlen sich manipuliert fühlen sich überwacht fühlen sich reglementiert und sie haben es plötzlich mit einer frau zu tun die sie nicht mehr respektiert früher liefen so eben bis zum tode trotzdem weiter bei frauen einfach nicht so große möglichkeiten hatten sich zu trennen oder wirtschaftlich auf eigenen beinen zu stehen heute sieht das anders aus deswegen wenn eine frau heute den respekt vor ihrem partner verliert dann ist es relativ schnell aus werden bei männern dass das liebesgefühl das verlangen in der beziehung zu bleiben graduell langsam abnimmt kann es bei frauen relativ schnell gehen das phänomen dass ihr vor einer woche vor ihr noch gehört habt mein schatz ich liebe dich über alles ich möchte kinder mit dir und eine woche später trennen sie sich von euch das ist bei männern fast nicht vorstellbar also ich habe jedenfalls noch nicht von dem fall gehört der mir persönlich bekannt geworden wäre wo das so abgelaufen wäre und es wurde wirklich so gemein also wirklich eine frau die wirklich da stand und sagte ich liebe dich und es schien nicht gespielt sondern wirklich absolut überzeugt und irgendwann wurde sie halt zu viel und ein paar tage später war es aus aus und vorbei und dann steht ihr da und und seid völlig geschockt weil ihr sagt ich verstehe gar nicht wo die trennung jetzt her kam was war dann plötzlich los ihr habt monatelang die anzeichen nicht erkannt da möchte ich euch also die bücher von esther perrell esther perrell empfehlen zu diesem thema und die auch gesagt bei frauen geht es relativ schnell und dann macht ihr schockiert auf das war das vierte geheimnis das fünfte geheimnis ist jetzt glaube ich naja ist es noch ein geheimnis ich weiß es nicht ich sag es einfach mal macht euch eure eigenen gedanken drüber frauen betrügen genauso häufig wie männer dann können wir also jetzt aufhören diesen ewig alten stark sexistischen spruch uns anhören zu müssen dass männer ja schweine sind ja gibt sie auch das ärztelied und die geschichte geht noch viel weiter zurück das mag mal eine zeit gegeben haben wo das einigermaßen gestimmt hat wo die ehefrau zu hause sitzen musste die musste sich um die kinder kümmern die musste den haushalt machen die hatte keinen eigenen job während der mann handlungsreisender war oder lastkraftwagenfahrer oder einfach in fußballvereinen aktiv war einfach häufiger das haus verlassen hat und häufiger also auch die möglichkeit hatte sich mit anderen frauen zu treffen heimlich für eine affäre es mag eine zeit gegeben haben da mag das gestimmt haben dass männer häufiger fremdgegangen sind als frauen aber heutzutage haben beide geschlechter dieselben möglichkeiten dieselben fähigkeiten frauen haben sogar noch viel mehr interessenten die permanent bei ihr anklopfen männer werden häufigerweise nicht von frauen belagert die sie einfach nur aufgrund ihres gutes aussehen sofort flachlegen wollen männer sind simpler wenn eine frau toll aussieht dann möchte der mann sie vögeln fertig punkt schluss aus also ist für frauen eigentlich sogar noch leichter sieht aber jetzt statistisch so aus dass frauen und männer da gleichmäßig viel betrügen besonders aber betrügen frauen ihre aktuellen partner besonders häufig dann wenn sie im eisprung sind ja das kann dann sein die beziehungen ja ihr habt gemerkt das verhalten ist nicht mehr so ganz angemessen sie ist häufiger weg sie trifft sich mit ihren freunden gibt dann so eine ladies night ja sie geht mal wieder tanzen mit ihren freundinnen und so weiter das ist alles nicht unbedingt ein großes problem das problem ist aber dann wenn sie sich aufdonnert ohne ende und das ganze in einer zeit passiert in der so so nicht gut um eure beziehung bestellt ist und wenn ihr dann noch einigermaßen eine ahnung davon hat in welchem ja wie es um ihren zyklus gerade aktuell bestellt ist wenn sie dann in ihrem eisprung ist ist die chance gleich noch mal höher dass sie euch betrügt so jetzt fangt mal was an mit diesen fünf punkten die euch genannt habe männer sind heutzutage nicht mehr das starke geschlecht davon bin ich überzeugt gerade im beziehungsleben habt ihr als männer die aufgabe leistung zu erbringen und zwar permanent ihr könnt euch eigentlich keine leistungseinbrüche erlauben erlauben ihr müsst die lampe aufhängen ja ihr müsst die kinder von der schule abhängen ihr müsst gleichzeitig aber auch der alpha sein ihr müsst ihr gegenüber stark erscheinen ihr müsst eine beschützerrolle erfüllen ihr müsst aber gleichzeitig auch der beta sein der der versorger ist der zu sieht dass das geld nach hause kommt vielleicht nicht alleine vielleicht hat auch sie ein tolles einkommen aber ihr solltet dafür sorgen dass euer einkommen nicht dramatisch unter dem einkommen eurer partnerin liegt weil sonst spielt irgendwann die hypergamie eventuell auch eine rolle ich weiß es nicht alles sehr romantisch ich weiß dass viele auf diesem kanal die mir zuhören und mir nachrichten schreiben sehr sehr große romantiker sind aber ich glaube es bringt einfach nichts einfach mal ins harte böse kalte gesicht der realität zu schauen es denke es wird für viele zeit diese romantische rosa rote brille mit blickwinkel auf die frauen abzulegen frauen sind nicht böse frauen sind nicht fies und gemein ja frauen sind keine schlampen entspannt euch da mal das seltsamerweise kommen gerade männer die die frauen früher auf dem podest gestellt haben und ihre ex partnerin für eine heilige gehalten haben die enttäuschung ist dann so groß über ihr fehlverhalten dass sie dann plötzlich in fast in so einer art frauen hass abgleiten das macht alles keinen sinn also wenn ihr dieses spiel spielen wollt und das müsst ihr auch denn ihr seid am leben ihr seid heterosexuell und ihr seid an frauen interessiert dann akzeptiert wie es ist frauen mussten jahrtausende lang meist eher unterdrückt leben und haben sich aufgrund dessen natürlich auch bestimmte techniken und verfahrensweisen entwickelt wie sie auf dem sexuellen marktplatz am besten überstehen können und das sind einfach die verhaltensweisen die wir heute bei frauen sehen die uns dann plötzlich so überraschen und enttäuschen okay ich war coach micha und ich hoffe der beitrag hat euch gefallen tschüss